In der letzten Runde hat es einen großen Kuhn-Alarm gegeben. Die Freedom Pals greifen an. Nicht trödeln, Wunderarsch! Und wir schmeißen uns mit Kuhn in die Schlacht. Kuhn und Fernsehlarm. Hier lang, Wunderarsch! Richtung Bushaltestelle! Mein Kuhn sind dröhnt. Die Freedom Pals sind unterwegs. Es wird zur Konfrontation kommen. Jetzt ziehen wir mal Cartman in Action. Hier lang, zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Wieso machen wir eine Schnellreise? Ach, verdammt! Gleich da! Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Ja, noch ein bisschen. Nicht da lang, Hauptstraße. Die Freedom Pals sind auf der Hauptstraße und wir nicht, weil wir auf dich warten. Ja, ja, ist ja gut. Follower brauchen wir noch. Ganz wichtig. Wir sollten als Duo arbeiten. Erinnerst du dich, Tweak? Ja, ich weiß. Du hättest mir folgen sollen, als ich Kuhn und Fernsehlarm verlassen hab. Ich mag Kuhn und Fernsehlarm. Weil du deine eigenen Filme hattest. Zum Glück bist du hier. Die gehen voll ab. Super Craig musste Filme haben, bevor Wunder-Tweak vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn. Weil du ein Verräter bist. Und jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen. Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere. Wir waren's nicht, die diese Scheiß-Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf. Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du Mistkerl. Timmy! Was für ein Wichser. Kümmern euch um diese Arschkranken. Besiege die Freedom Pals. Oh yeah. Gerechtigkeit von oben. Ey, gamm mir ein bisschen Blut. Mach's mal. Wow, die sind aber ziemlich stark. Ach was. Ich bin Wondertweak, Verfechter der Gerechtigkeit. Klingt ja voll schwul. Ah, der war schwul. Moment, ich bin verwirrt. Wow. Timmy wird euch vermöbeln, Freedom Pals. Ja, genau. Das ist schon mal gut. Mein Zaubgrüssel steht offen vor, Staunen. Alter, du übertreibst brutal. Fühlt den Zorn von Judenkeit. Was machst du noch mal? Heilig. Na ja, ich will da ziemlich zusammen. Du kannst auf mich zählen. Ich bin unzerklatschbar. Los geht's. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Das läuft nicht gut. Auto hoch. Weck da! Halt's Maul, das ist ein Civil War, Arschloch. Okay. Okay. Das ist Krieg. Ja. Ich kann immer... Aber ich kann dann zumindest ablenken, glaube ich mal. Ja, ist sehr gut. Stell das auf gutster Grab. Hä? Das ist gut. Angriffsmanöver eingeleitet. Ich hatte nicht mal eine Zitronella-Kerze. Der muss weg. Bring glaube ich kaum was. 31. 62er. Das ist schon besser. Was ist los? Denkst du, dass das Leben dich für deine Arschigkeit betraf, Tweek? Nein! Ich werde immer das Böse triumphieren. Und damit meine ich dich! Weh mich! So, wie schaut man da jetzt aus? 28. 26. 28. Aber da kann man... Beide könnten man da treffen. Das ist garantiert eine Marbe! Zeit für die Laser! Die Laser, die Laser sind stark. Scheiß Laser! Hier kommt Mysterium! Los! Gott! Ich brauche einen Kaffee! Ja. Super Craig, einsatzbereit! Sieht ganz danach aus. 61. Sehr gut. Ultimatiefkampf! Zeit für die Superparty! Super Tornado aktiv! Vielleicht bringt dich das zur Vernunft! Uiuiuiui! Meine Insektenklasse startklar! Naja, Moskito, dann wird's wohl deine Superpower. Wunderbar! 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 Geistiges Augekostüm, Fanfiction über Supercrape und Wondertweak. Weg und Geld. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Gute Arbeit, Neuer allmählich! Hast du den Dreh raus? Warte mal! Was ist mit Kuren? Oh, scheiße! Schnell! Kuren, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen? Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also, war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmy's Handy. Wirklich? Ganz bestimmt, ist darauf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Supercrape kann es analysieren. Ja, die Freedom Pals haben zum ersten Mal eine ordentliche Abreitung bekommen. Ich werde dein Recht, diese Kleidung zu tragen, stets verteidigen. Dankeschön. Wir haben neue Kostüme erhalten. Accessoires. Geistiges Auge. Ah, ist okay. Haare, gibt es was Cooleres? Ah, null. Verbrauchsgegenstände. Was haben wir hier? Geistige Dealer ist special. Wunderbar. Kehre zum Kuhnversteck zurück. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nein. Wir schnappen uns jetzt einen Drogenlord. Obwohl ich zugeben muss, den letzten Kampf. Das war schon etwas... Äh, hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstergram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Cool. Fick die Freedom House. Ja, ja. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen. Freemans Tacos. Ha. Wie schön. Ne, sind wir da richtig? Ja, sind wir. Gut. Ah, da hinten ist Lava. Maaah. 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 Wieso geht's dir nicht lang? Maaah. 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 Mach ich mit euch. Feuere Pfirze auf deine Feinde ab, um dir im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Davon wird dir in ihm übeln. Dann bürgen sie und du haust sie um. Sind Superhelden nicht schon wieder Out? Das hörste doch an. Gehen wir mal ins Kino. Was haben wir denn hier? Wie das so Windrad? Ah. Erinnerst du die Passion Christi? Das will ich nicht erinnern. Erinnerst du Sinbad als Genie in Shazam? Ja, nein, so ich nicht. Ich erinnere. Was haben wir denn hier? Nichts. Da ist was. Sollen wir wegpfurzen? Weckspringen? Wie kann ich das jetzt benutzen? Gar nichts. Na gut. Ah, da gibt es noch so viel zu erkunden, um zu sehen. Weiter gehen, wir machen hier Chaos. Ja, hau nur ab. Mach halt deinen Daumen. Wer stört den Fluss des Chaos? Komm, vorteil. Geh mir aus dem Weg, verdammt. Geh mir aus Lakaien. Ui, das sind ja viele. Machen wir den Meister stolz! Könnt ihr euren Comic-Con-Scheiß nicht woanders abziehen? Dann? Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen! Das muss Chaos mal alleine machen! Hi! Wow! Eure Kostüme sind so schrottig! Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen! Ja, das ist schon mal besser. Fang ihn wieder! Ja. Selbst bei Trünen, Dr. Hu, folgen, sahen die Effekte besser aus. Ich folge dem Ruf des Chaos! Lava! Oh nein. Entfesselt das Chaos! Ah! Hättest du blocken sollen! Ich bin drin! Okay. Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann! Kann mal jemand das Blut aufwischen? Super Craig! Ich bin dran! Du kannst wieder keinen angreifen. Ach doch! Nein, geht natürlich nicht. Weil der Moskite im Weg steht. Ja. Ach, sie fertig, Saftsack! 28, 26, 28. Können wir da vielleicht... Ah ja! Da ist es tot! Das haben wir festen! Ja, tschüss. Chaos, Bitch. Du bist jetzt Chaos, Bitch! Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Au, so ne Scheiße! Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Heile mal! So, das ist... Okay, dann halten wir ihn. Heile mal! So! Super Craig zur Rettung! Super Craig zur Rettung! Ah, weg ist er! Ultimativkraft bereit! Sie werden nicht wissen, wie ihm geschieht. Wo geht der langweiligste Superheldenkampf ever? Zu mir, überrennen wir sie. Scheiße, gelaufen, neuer. Tschüss. Hurra, Zitronenriegel für alle! Moskito ist irgendwie, naja, wertvollstes Teammitglied wird er wohl nicht werden, sagen wir mal so. Psyops-Kostüm, Psyops-Hamschuhl, Psyops-Helm. Und da sehe ich noch etwas. Was haben wir hier? Kann ich das nehmen? Nö. Au! Bio-Gefahren, gut. Sweet Brothers Coffee! Bist du auf der Flucht? Ist dir die Regierung auf der Ferse? Selbstverständlich. Ah, sehr gut. Dann schauen wir mal rein. Hi. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Wir können jetzt einmal das Foto vervollständigen. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Tadam! Tadam! Bevor das zu hoch, ey. Hast du unsere Saison... Blaschen-Logasmus-Kraft. Artefakt! Heißer Tee mit Zitronen und Kohli. Sehr gute Wahl. Komm jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Aber gerne, kleiner Kunde. Yeah! Mr. Tweak! Wuhu! Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Die Katzen sind abgehauen, weil sie wissen, dass ein Erdbeben bevorsteht. Nein, das geht nicht. Nicht bevor Tweak und Craig sich wieder vertragen. Dann kannst du erst Selfies machen. Na gut. Verbessertes Gegengift. Sehr gut. Tweak mit Milchhängchen. Sehr schön. Ah, ja. Was haben wir denn hier alles? Ah, ok. Ich kann mich da nicht durch. Oh, nö. Schade. Hm. Kann man nichts machen. Man ist nicht zu... So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir da. Ok. Use Storage Storage Facility. Und Lava. Ah, ja. Gut. Das heißt... Hier kann man nicht weiter. Aber da vielleicht... Ein Schnellreisepunkt. Gut. Aber bevor wir den aktivieren und wieder Sechsklässlern in den Arsch treten... Ja. Hierher, Mietz, Mietz, Mietz. Komm schon. Vielen Dank für's Zusehen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei South Park. Gefläch. Teuf Vielen Dank.